Herzlich willkommen, meine lieben Fische, zu eurer kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon für euch in die nächste Woche, 12. bis 18. August. Ich schaue, was euch erwartet, beziehungsweise was da auf euch zukommt. Das hier ist eine kollektive Legung, das kann und soll nicht auf alle zutreffen. Nehmt es eher als Gedankenanstoß wahr. So, uh, die war auch noch mal sehr energetisch, okay, gut, okay, okay. Okay, es geht hier tatsächlich in dieser Woche so ein bisschen, auch gerade durch die anderen Legungen, es geht so ein bisschen darum, ins eigene Glück zu finden, beziehungsweise zufriedener und glücklicher zu werden. Es scheint so, als ob das Universum uns jetzt irgendwie so eine kleine Aufgabe an die Hand gedrückt hat, uns selber zu hinterfragen, Dinge zu reflektieren, wie können wir glücklicher werden, wie machen wir es, dass es für uns das bestmöglichste Leben ist, was wir leben dürfen. So, an der Stelle, hier sind die 10 der Münzen, am Ende wird alles gut werden. Diese Karte ist für mich so eine Art Versprechung. Alles, was ich investiere, alles, was ich tue, alles, worin ich mir Mühe gebe, wird am Ende belohnt werden. Und diese Karte zeigt auch, selbst wenn man nicht gesehen wird, oder beziehungsweise wenn man das Gefühl hat, man wird übersehen, das ist gar nicht schlimm in dieser Karte. Es geht hier auch so sehr darum, Ego-Probleme loszuwerden, nicht mehr auf jeden Satz anzuspringen, der uns verletzt oder Menschen, die über uns sprechen, sondern wirklich in sich selber zu ruhen und auf das stolz zu sein, was man hat und was man erreicht hat. So, du kriegst in dieser Woche die Klarheit der Königin der Schwerter. Und das ist aber auf der anderen Seite auch leicht schmerzhaft. Wir haben die 9 der Schwerter daneben. Diese Karte zeigt häufig Reue und ein Begreifen, dass man vielleicht auch die eine oder andere Chance in seinem Leben nicht wahrgenommen hat. Die Geschichte hinter 9 der Schwerter ist, man hat immer wieder ein Schwert in die Hand gedrückt bekommen, was wieder für Erkenntnisse, vielleicht auch für etwas, was man planen sollte, steht. Schwerter sind häufig der Verstand und man hat diese Schwerter aber so lange an die Wand gehängt und gesagt, das mache ich später, das mache ich später, dass man es irgendwann bitterlich bereut. Hier gerne mit einem klaren, kühlen, objektiven Blick drauf gucken, dich selber hinterfragen und vielleicht auch reflektieren, was in der letzten Zeit oder vielleicht auch in den letzten Monaten nicht so ideal gelaufen ist. Was du hättest verändern können und vielleicht auch, was du hättest nicht verändern können. Dazwischen gibt es einen sehr schmalen, aber sehr eindeutigen Grad oder so Weg, den man tatsächlich sich auch bewusst machen darf und dann gerne hier einmal reflektieren. Es geht hier wirklich um dein bestes, schönstes Leben, was du für dich leben darfst. So, ich schließe diese Legung, liebe Fische. Was ihr damit macht, dürft ihr wieder selber entscheiden. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Legung gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Herzchen da und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.